19-3, äh 19-0 sauber dann stopen wir dann wieder 100 außer Communication kein Raketen ja den R vegetarian du �st der überhaupt pleite Ganz klar. Magus, sieht man alles? Ja. Sehr schön. Was? Viel Pech, viel Pech. Wir ziehen. Du, wie liegt der da? Ja. Kann nicht, aber der da vorne, oder? Wenn der da oben liegt, der da vorne. Nein, nein, nein. Das sind drei Meter hoch oben. Und das sind drei Meter bis nach hinten. Hol den Kopf. Drei Meter. Ja, ist egal. Der hat weniger. Nein, drei Meter dreizehn. Na ja, geh noch mal rein. Drei Meter, geh mal. Drei Meter zehn und drei Meter dreizehn, du. Machen wir genau. Drei dreizehn. Drei dreizehn. Drei Acht. Drei Acht. Ah, wir ziehen. Drei Acht. Juhu. Drei. 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 Können wir hier ziehen? Der schiesst nur noch Schrott. Der Griff hat einen Abtrick. Das werden wir schon morgen gerade machen. Der schiesst in Schrott. Super Bursche! Fünfer! Hättest du mich schießen lassen, du Eierkopf? Warte, ich darf nachgelaufen. Super Bursche! Wer den da hinten rauskriegt, haben wir siebener, oder? Oder soll der auf den draufgehen? Nein, jetzt. Der steht da hinten, weil er da darf. Wirklich mit dem da rein. Dann kannst du drauflaufen. Oh, oh, oh! Sieben! Da ist ein Klausel über. Klausel fertig! 4-2! Oh, Timo, mach keinen Scheiß! Hä? Klausel, Klausel! Klausel, Klausel! Klausel muss maßen! Eits! Pass einfach, Alter! Alter! Der legt gerade hin! Guck, jetzt ruck rein! Das Klausel! Oh, Mann! Stopp! Stopp! Gilt doch nicht! Stopp!